In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Ebenen in ein Koordinatensystem zeichnen kann, mit Hilfe von Spurpunkten bzw. Spurgeraden. In erster Reihe wäre natürlich wichtig zu wissen, wie überhaupt eine Ebenen-Koordinatsystem dargestellt werden kann. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier ein kleines Koordinatsystem anschauen, um eine Ebenen-Koordinatsystem zu zeichnen, braucht man die Schnittpunkte der Ebene mit den Koordinatenachsen. Hier an dieser Stelle mit Grün dargestellt und diese Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen nennt man auch Spurpunkte. Wenn man diese Spurpunkte miteinander verbindet, ergibt sich ein sogenannten Achsenabschnitt der Ebene. Das heißt übersetzt, so sieht die Ebene zwischen den Achsen aus, obwohl sie eigentlich grundsätzlich unendlich groß ist. Die Verbindungsstrecken zwischen diesen Spurpunkten nennt man, wie hier dargestellt, Spurgeraden. Ebenen müssen natürlich nicht immer drei Spurpunkte besitzen, sondern wenn wir uns diese Ebene hier anschauen, die hat zum Beispiel nur zwei Spurpunkte mit der X1- und mit der X2-Achse, aber trotzdem drei Spurgeraden. Und sie werden dann beispielsweise parallel zu der X3-Achse. Und natürlich gibt es noch Ebenen, die nur einen Spurpunkt besitzen, dafür aber zwei Spurgeraden und die können beispielsweise wie folgt dargestellt werden. Also schlussfolgend können wir mitnehmen, um ein Ebenen-Koordinatsystem zu zeichnen, braucht man in erster Reihe die Spurpunkte, das sind die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, und zusätzlich noch die sogenannten Spurgeraden, das sind die Schnittgeraden mit den Koordinatenebenen. Mit den Koordinatenebenen sind natürlich diese X1-X2, X2-X3 und X1-X3-Ebene gemeint. Es gibt ein paar Voraussetzungen bei diesem Thema, um sich das mathematische Leben ein bisschen einfacher zu machen. Die erste und die wichtigste ist, dass die Ebene immer sich in einer Koordinatenform befindet, so wie hier abgebildet. Das heißt, wenn beispielsweise die Ebene sich in Parameterform befindet oder normalen Form, dann heißt das für euch in erster Reihe, schön umformen in die Koordinatenform, dann habt ihr einen möglichst einfachen Lösungsweg. Als erstes wollen wir uns natürlich rechnerisch anschauen, wie man diese Spurpunkte oder Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen bestimmen kann. Dafür haben wir hier eine Ebene in Koordinatenform, also die beste Voraussetzung, und wir suchen natürlich als erstes diesen Spurpunkt mit der X1-Achse. Zur Erinnerung, wenn ein Punkt auf der X1-Achse liegt, dann sind immer seine X2- und X3-Koordinaten 0. Das heißt, wenn wir die Ebene oben anschauen, können wir uns X2 und X3 einfach wegdenken, und übrig ist dann nur noch 2X1 ist gleich 6. Das können wir entsprechend nach X1 umstellen, also wir teilen durch 2, und damit haben wir einfach X1 ist gleich 3. Für unseren Spurpunkt, den bezeichne ich jetzt mit S1, heißt das, der hat dann die Koordinaten 3, 0 und 0. Und mit der gleichen Taktik können wir natürlich auch die weiteren Spurpunkte bestimmen. Als nächstes Spurpunkt mit der X2-Achse, das sind natürlich X1 und X3 0. Das bedeutet, oben der Ebene denken wir uns X1 und X3 weg. Dann bleibt ja nur noch 2X2 ist gleich 6. Wenn wir durch 2 teilen, zufällig auch für X2 die gleiche Koordinate, also X2 gleich 3. Also lautet unser zweiter Spurpunkt 0, 3 und 0. Und noch dieser Spurpunkt mit der X3-Achse, da muss natürlich X1 und X2 müssen 0 sein. Also aus der ganzen Ebene bleibt dann nur noch 3X3 ist gleich 6. Wir teilen dann durch 3. Und dann haben wir X3 ist gleich 2. Somit ist es 3, unser dritter Spurpunkt 0, 0 und 2. Dann können wir entsprechend dieser Spurpunkte in unser Koordinatensystem eintragen. Also hier wäre S1, bei der X1-Koordinate 3. Dann hier ist S2 und hier ist S3. Und wenn wir diese Spurpunkte miteinander verbinden, dann haben wir unseren sogenannten Achsenabschnitt für diese Ebene. Zugegeben, mein Maßstab für dieses Koordinatensystem ist ein bisschen grob. Ich hoffe, dass sich jeder von euch das einigermaßen vorstellen kann. Natürlich könnt ihr auf einem karierten Blatt die Ebenen ein bisschen genauer skizzieren, wenn ihr wollt. Auch wenn dieser Weg jetzt einfach zu merken und gut nachvollziehbar ist, hoffe ich mal, trotzdem gibt es einen alternativen Lösungsweg, der eigentlich noch schneller geht und den will ich euch jetzt auch noch zeigen. Also, alternativer Lösungsweg. Wir nehmen wieder unsere Ebene E1 und als allererstes teilen wir die ganze Ebene durch die Zahl, die hier hinten steht. In diesem Fall durch die 6. Entsprechend werden wir dann, ich schreibe es jetzt ein bisschen ausführlicher hin, 2x1 durch 6 haben, natürlich kann man auch gleich kürzen, aber wie gesagt, damit alles nachvollziehbar ist, schreibe ich es jetzt ausnahmsweise ein bisschen ausführlicher hin. Und plus 3x3 durch 6 ist gleich 6 durch 6, natürlich 1. Dann fangen wir an zu kürzen. Die 2 und die 6 kürzen sich natürlich, oben bleibt nur eine 1 oder nichts mehr Wichtiges, unten die 3. Genau so bei x2 hier 1, hier 3 und bei der letzten Koordinate die 3 kürzt sich weg und unten bleibt eine 2. Schaut genau diese Zahlen unten an. Also unter x1 steht eine 3, unter x2 auch eine 3, unter x3 steht eine 2. Wenn wir jetzt oben schauen, sind das genau die Koordinaten der Spurpunkte. Auf diese Weise kann man praktisch sehr einfach und sehr schnell auch die Spurpunkte sozusagen bestimmen. Die schreibe ich jetzt nochmal kurz hin. Also das ist S1. S2 wäre dann abgelesen, entsprechend 0, 3 und 0. Und S3 wäre dann 0, 0 und 2. Und für den Fall, dass ihr euch jetzt gerade innerlich sagt, ja, aber ich habe schon den ersten Ansatz verstanden, wieso brauche ich noch einen zweiten Lösungsweg? Naja, es kommen bei diesem Thema noch schlimmere Aufgaben. Und es wäre sehr vorteilhaft, wenn ihr diesen Ansatz kennt. Diese kleine Rechnung, die wir jetzt gerade angeschaut haben, findet man eigentlich auch in so gut wie jedem Lehrbuch in so einem Kasten irgendwo an der Seite. Und man nennt es offiziell Achsenabschnittsform. Deshalb schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, welche Vorteile dieser Achsenabschnittsform mit sich bringt. Diese Achsenabschnittsform sieht offiziell wie folgt aus. Also ihr müsst eine Ebene in dieser Form bringen, sodass unter den jeweiligen X-Koordinaten Zahlen stehen und am Ende eine 1. Und wenn diese Form vorhanden ist, dann könnt ihr ganz einfach die drei Spurpunkte ablesen und natürlich direkt in ein Koordinatensystem eintragen und somit habt ihr diesen Achsenabschnitt T-Ebene. Ein weiterer Vorteil wäre die Tatsache, dass es dieser Form nicht interessiert, wie viele Spurpunkte eine Ebene hat. Also die funktioniert auch dann, wenn die Ebene nur zwei Spurpunkte hat oder nur einen Spurpunkt. Als nächstes wollen wir uns natürlich auch weitere Beispielaufgaben anschauen und diese Achsenabschnittsform werden wir immer dann anwenden, wenn überhaupt notwendig ist. Also E2, die Ebene, die hier abgebildet ist, wollen wir natürlich auch in ein Koordinatensystem zeichnen und bevor wir die Spurpunkte bestimmen, sollte euch was ganz Bestimmtes auffallen, und zwar die Tatsache, dass die Ebene keine X3-Koordinate besitzt. Wenn eine Ebene keine X3-Koordinate besitzt, das bedeutet dann indirekt, dass die Ebene und die X3-Achse sich niemals treffen. Kurz gesagt, die Ebene ist dann parallel zu der X3-Achse. Natürlich können wir trotzdem diese Achsenabschnittsform auch hier anwenden und sagen praktisch, wir teilen hier durch 2. Dann haben wir X1 geteilt durch 2 plus X2 geteilt durch 2 und das Ganze ist dann 1. Entsprechend können wir dann unsere zwei Spurpunkte hier ablesen. Also S1 hätte dann die Koordinaten 2, 0 und 0 und zweiter Spurpunkt S2 ist dann 0, 2, 0. Wenn wir uns das Ganze jetzt in einem Koordinatsystem anschauen, also wir tragen zuerst die Spurpunkte ein, auf der X1-Achse bei 2 und auf der X2-Achse auch bei 2 und wenn wir diese zwei Spurpunkte verbinden, durch eine Spurgeraden, dann sieht das Ganze noch nicht wie eine Ebene aus. Aber wir erinnern uns, wir haben gesagt, dass die Ebene parallel zu der X3-Achse ist. Aus diesem Grund ziehen wir durch diese zwei Spurpunkte zwei Parallelen zu der X3-Achse. Und das ist dann sozusagen unsere Ebene. Natürlich kann man diese Parallelen auch ein bisschen nach unten verlängern, spielt keine Rolle, das ist auch eigentlich eine zugelassene Darstellung. Die nächste Ebene sieht dann so aus und wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, besitzt sie nur einen Spurpunkt. Also diese Ebene hat keine X1- und keine X3-Koordinate. Deshalb kann man dazu sagen, dass sie parallel zu der X1-X3-Ebene ist und diesen einen Spurpunkt mit der X2-Achse kann man auch rechnerisch jetzt direkt bestimmen. Also wir teilen einfach nur durch 2 hier und X2 ist dann gleich 2. Also kurz gesagt, S2 hat die Koordinaten 0, 2 und 0. Jetzt wollen wir natürlich auch das hier in ein Koordinatsystem eintragen. Also auf der X2-Achse markieren wir diesen Spurpunkt an der Stelle 2 und um diese Ebene zu zeichnen, muss man erst mal zwei Spurgeraden zeichnen, die parallel sind zu den Achsen, die nicht geschnitten werden. Also parallel zu der X1- und X3-Achse. Das Ganze wird dann so aussehen und dann außenrum kann man das Ganze zu einem Parallelogramm ergänzen. Ihr habt wahrscheinlich schon bereits erkannt, die Ebenen, die nur einen Spurpunkt besitzen, sind natürlich am nervigsten zum Zeichnen. Deshalb noch zwei kurze Beispiele dazu. Wir haben hier eine Ebene, die nur einen Spurpunkt mit der X1-Achse hat. Also kurz gesagt können wir sagen, sie ist ja parallel zu der X2-X3-Ebene. Diesen Spurpunkt können wir natürlich erneut sehr schnell herausfinden. Wir teilen einfach durch 2 und dann haben wir X1 ist gleich 2. Also 2, 0 wäre dann unser Spurpunkt mit der X1-Achse. Wenn wir das jetzt zeichnen wollen, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Wir tragen wieder diesen Spurpunkt auf die X1-Achse ein, ziehen wieder unsere Spurgeraden, die parallel sind zu den Achsen, die nicht geschnitten werden, in diesem Fall X2 und X3, und dann außenrum, in diesem Fall zu einem Rechteck ergänzen. Genauso ähnlich würde das Ganze funktionieren auch mit einer Ebene, die nur einen Spurpunkt mit der X3-Achse hat, beziehungsweise parallel zu der X1-X2-Ebene ist. Also auch hier wäre dann entsprechend die X3-Koordinate 2. Die tragen wir dann auf der X3-Achse an, dann erneut zwei Spurgeraden parallel zu X1- und zu der X2-Achse, und das Ganze dann wieder zu einem Parallelogramm ergänzen. Ich habe euch vor ein paar Minuten erzählt, dass diese Achsenabschnittsform vor allem dann Sinn macht, wenn die Aufgaben ein bisschen schwieriger werden. Jetzt ist es soweit. Bei dieser Beispielaufgabe wollen wir anhand einer Skizze die Koordinatengleichung einer Ebene aufstellen. Und das natürlich auf eine möglichst einfache und schnelle Weise. Und dafür brauchen wir diese Achsenabschnittsform. Zur Erinnerung, so sah die allgemeine Formel aus. Naja, wenn die Skizze gegeben ist, dann muss euch von vornherein klar sein, dass die Spurpunkte eigentlich schon ablesbar sind. Also das ist mit der X1-Achse der Spurpunkt, das ist mit der X2 und das ist hier mit der X3-Achse. Und das können wir hier für diese A, B und C in unserer Achsenabschnittsform verwenden. heißt, X1 durch 4 plus X2 durch 3 und plus X3 durch 2 ist gleich 1. Und was ihr hier eigentlich habt, ist ja bereits eine Ebenengleichung, sogar in Koordinatenformen, nur dass sie im Moment noch seltsam aussieht, wenn die ganzen Nenner, die hier vorhanden sind. Und dieser Nenner kriegt ihr alle weg, indem ihr mit dem sogenannten Hauptnenner durchmultipliziert. Also in diesem Fall ist 12 unser Hauptnenner. Wieso? 12 ist die Zahl, wo alle diese drei Zahlen perfekt reinpassen. Ausführlich würde das Ganze dann so sehen, wir multiplizieren jeden Term mit dieser 12, also 12 mal X1 durch 4 plus 12 mal X2 durch 3 plus 12 mal X3 durch 2 ist gleich 12 mal 1 sind 12. Und natürlich könnt ihr diese Rechnung dann auch in den Kopf machen, wenn ihr wollt und kürzen. Hier mache ich es ganz ausführlich. Dann bleibt hier eine 3, dann bleibt hier eine 4 und bei X3 eine 6 übrig. Und die saubere Ebene würde dann wie folgt aussehen. 3 X1 plus 4 X2 plus 6 X3 sind gleich 12. Natürlich gibt es auch andere alternative Lösungswege, aber mit Sicherheit keiner kürzer und einfacher. Außerdem hat diese Achsenabschnittsform noch einen anderen Vorteil. Bei der ist es egal, wie viele Spurpunkte die Ebene hat. Also ob ihr jetzt zwei oder einen Spurpunkt habt, auf die Weise funktioniert es immer. Und als letzte Beispielaufgabe eine sehr kurze Aufgabe, die vor der Fragestellung sehr häufig in der Abiturprüfung vorkommt. Also es geht darum, man kriegt zwei Ebenen in Koordinatenform. Die muss man zuerst in ein Koordinatsystem zeichnen. Wie das geht, wissen wir das jetzt. Deshalb die Kurzfassung. Die blaue Ebene sieht so aus und die grüne so. Und als letzte Fragestellung sollte man die Schnittgerade dieser zwei Ebenen zeichnen. Naja, um sie richtig zu erkennen, schaut ihr natürlich die zwei Ebenen im Koordinatsystem an. Um genauer zu sein, die sucht die Punkte, wo sich diese zwei Ebenen bildlich überschneiden. Das wären diese zwei Punkte. Dann nehmt ihr das Creo-Track und zieht einfach eine Gerade durch. Und das ist die gesuchte Schnittgerade. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Im Zusammenhang mit diesem Thema musst du natürlich auch in der Lage sein, Ebenen umzuformen. Wir haben ja gesehen, es ist hier ein Idealfall, wenn die Ebene sich in Koordinatenform befindet. Außerdem, dieser Schnittgerade, von dem wir gerade gesprochen haben, muss man auch in der Lage sein, auszurechnen. Das hat mit der gegenseitigen Lage von zwei Ebenen zu tun und dafür braucht ihr auch das sogenannte Gauss-Verfahren. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen, aber auch vielen anderen Themen aus der Vektorgeometrie, findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht.